Willkommen und Gott save the Queen hier aus dem Home of British Motor Racing aus Silverstone, Großbritannien. Das Debüt gab es schon 1950 und es ist eine der Strecken, die wirklich oder eines der Länder, das wirklich jedes Jahr dabei ist mit Monaco zusammen und natürlich auch Monster sind es die drei Hauptrennen, würde ich schon fast sagen, die immer dabei sind. Die meisten Wins auch passen an Britte, Hamilton mit 7, der 8 wird schwierig heute, war so eine Meinung, 5.891 Meter, hat eine Runde, 18 Kurven, jede davon spektakulärer als die andere, 10 rechts und 8 links, sind eigentlich ziemlich ausgeglichen und nur auch für die Kilometerverhältnisse 52 Runden. Deswegen ist es einfach eine Strecke, die wirklich mega spaßig ist und auch die Rennen, die sind immer verdammt interessant und spannend, aber ja, wir werden natürlich jetzt einen kleinen Blick darauf werfen, wie die komplette Strecke sich, ja, wie man hier rumfährt. Hier haben wir nochmal die Strecke, 5.8 Kilometer, 18 Kurven, aber vor allem zwei DS-Zonen, die es wirklich einfach hermachen zu überholen, also einmal nach der ersten kompletten Kurvenkombination, nach Kurve 5, aber das gucken wir uns jetzt gleich auf die Strecke an. Ihr dürftet auch aussuchen, mit dem Williams werden wir fahren, es ist auch ein Traditionsrennstall und ja, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt mit dem Williams fahre und wo ihr abstimmen konntet, Ihr dürftet natürlich auf TikTok abstimmen und das dürft ihr jedes Mal, Montag, Dienstag, wenn eine Race Week ist, es geht in die erste Kurve in Abbey, die ist echt, die hat es auch schon in sich, eine Rechtskurve und dann geht es 2, das geht eigentlich im Flow und dann anbremsen, ja, hier, das geht eigentlich im Flow, man muss gut durchkommen durch die erste, der Exit ist wichtig, weil der erste Bremspunkt dann erst in Kurve Nummer 3 hier ist und das, ähm, ja. Ja, und hier dann die 4er, die hat es auch in sich, da ist echt, da muss man echt innen bleiben bei der Kurve, äh, 5 fährt man dann eigentlich nur raus, hier 5 eher innen anfahren und dann sich raustragen lassen und dann den ganzen Schwung für Kurve 5 zu bekommen, hier gibt es dann auch die ES und dann kann man sich hier mal dran robben, es ist, glaube ich, man macht dann hier auf der Wellington Street entlang, auch die Start- und Zielgeraden wurde ja geändert in Hamilton Street, äh, zu Ehren von Lewis Hamilton und dann hier Kurve 6, 7, da hatten wir auch schon ein paar Wochenmanöver, wo man außen, sogar teilweise, weil man ja außen mehr Schwung zusammenbekommt, ähm, ja, genau, hier dann außen teilweise probiert hat zu überholen, ging meistens auch ins Kiesbett dann, weil der Platz dann irgendwie eng wurde, dann die 8. ist nur hier dieser Knick, alte Boxen, äh, Gasse, also, und dann hier, das war auch die frühere erste Kurve, Kropskorner, natürlich finde ich auch mit an, die bekannteste Kurve, äh, sehr, sehr schneller rechts, eine Mood-Kurve und dann geht's in die berühmt-berüchtigten S's. Antwort auf die S's, hier mal, Margot's natürlich, die erste, die erste S, dann Beckett's und natürlich hinten raus, Chapel auch noch, das sind halt die, die drei bekanntesten Kurven hier, hier dann aus Chapel raus, die 10er, die 11er, die muss halt in den Flow gehen, die 12er, die 13er und zu guter Letzt dann raustragen lassen auf die 14er, aber da waren wir noch zu früh dran, weil da kommt, ähm, noch ein, ähm, da kommt natürlich jetzt hier die DS-Zone, hier kann man sich dann fett dran saugen, da kann man zu 99% nicht überholen, weil es viel zu kurz ist, finde ich, also, ich hab hier nicht viel überholt, man kann sich hier sehr gut verteidigen, auf jeden Fall, hat Alonso gestern noch gezeigt im Sprint, der hat da auch ein paar Schlangenlinien, hat da auch direkt eine Verwarnung bekommen, äh, hat dann auch aufgehört, aber hat's wirklich mega den siebten Platz in Ziel gerettet, dann die letzte Schikane 16, 17, 18, äh, da ist wirklich auch in der, der Exit von der 16, äh, von der 17 wichtig, äh, weil's halt dann auch ne, auf ne Geraden geht und da musst du echt auch gut rauskommen, hier, der, der perfekte Punkt liegt auch hier genau am Körb, dass du halt hier den geradesten Weg und nicht zu schräg durchfahren musst, halt mehr Kurvengeschwindigkeit zusammenbringst und manche Übertreibungshaltung fahren dann auch über den Sausage-Körb, ruinierst du dir den Unterboden und so weiter und das war hier eine Strecke in Silverstone, eine Runde in Silverstone und gucken wir mal ein bisschen auf das geistrige Sprint Race und es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, nur Hamilton hat den Start verkackt, direkt gegen Verstappen verloren, äh, Bottas dahinter ein einsames Rennen gefahren, auch Leclerc 1, Alonso mit einem sensationellen Start von 11, direkt auf 5 vorgeschossen, hat dann aber die McLaren ziehen lassen müssen, äh, aber hat sich gut gegen Vettel und auch gegen Ocon durchgesetzt, einen Ferrari hinter sich gelassen, den Alphataure, ähm, auch, auch Russell, ein bisschen enttäuschend, ja, ist dann mit Sainz ein bisschen aneinander geraten, beide haben es abgestritten, dass sie schuld waren, es gibt aber die 3-Plätze-Strafe für Russell, das ist natürlich blöd, ähm, Sainz dadurch ein bisschen behindert, der Peres natürlich ein bisschen schlecht, der ist aus, ähm, ähm, in Chapel rein und den hat es weggedreht und konnte dann nichts mehr machen, ist in die Box gefahren, frischen Satz Reifen und war dann natürlich das Rennen verloren, ähm, ein paar, äh, gute Fahrer hat es gegeben und natürlich ein paar, die alles verloren haben, ich meine, äh, Russell auf 8 wäre der gestartet und jetzt jetzt auf 12, äh, Verstappen gewinnt das erste Sprint-Race in der Geschichte der Formel 1's und wer, denkt ihr, gewinnt das heutige Rennen, mein Tipp liegt auf jeden Fall auch auf, ähm, auf Red Bull, ich denke mal, Verstappen hat zwar keinen Compagnon, äh, die Mercedes bei dem Nacken, die können da die Strategie splitten, aber die Pace von Mercedes, äh, von Red Bull ist so stark, ich denke mal, das Ganze gewinnt, äh, Verstappen vor Hamilton und, ähm, Norris, ich sage mal Norris, dann haben wir zwei Hengländer auf dem Podium, ähm, wie, wie würdet ihr das Ganze sagen, schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert den Channel, gerne kostenlos, lasst doch gerne neu ein bisschen oben da und schaut auch unbedingt gerne auf, ähm, auf unseren Instagram und TikTok-Account vorbei, links sind wie immer alle unten in der Bio, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, äh, auch alle Szenen und so weiter, schauen wir uns morgen in einem Recap vom heutigen Rennen an, also kommt gerne vorbei, auch TikTok werden wir ein bisschen entsprechen, danke fürs Zugucken, bis morgen und ciao. Bis zum nächsten Mal.